Viertel Syrien Laufen Jenny Rechnungen Weißt du, ob die Grundschule um die Ecke ist? Das Mädchen ist nervös, da es neu ist. Das Mädchen ist nervös, da es neu ist. Das Mädchen ist nervös, da es neu ist. Das Mädchen in Uniform ist sehr leise. Kennst du die zwei Mädchen? Kennst du die zwei Mädchen? Mädchen Mia ist witzig und erzählt dem Mädchen einen Witz. Witzig Sind diese vier Mädchen deine Freundinnen? Sind diese vier Mädchen deine Freundinnen? Ist das Mädchen? gemein gemein oder oder gemein nett oder ist es gemein Weißt du, wer die Eltern von den Jungen sind? Weißt du, wer die Eltern von den Jungen sind? Weißt du, wer die Eltern von den Jungen sind? Die Zwei Mädchen Da drüben sind Schwestern Kennst du die Schülerin in Uniform? Kennst du die Schülerin in Uniform? Weißt du, ob die Jungen wohnen im Stadtviertel? Wohnen Wohnen Die Schüler bringen Farbstifte in die Schule mit. Ich weiß Wer wer weiß wer Wer Die Schüler in Uniform sind Wie viele Schüler gehen 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 in Grundschule Mia ist witzig und erzählt. Dem Mädchen einen Witz. Kommt der Junge aus der Türkei oder aus Syrien. Die Schüler bringen Farbstifte in die Schule mit. Wie viele Schüler gehen in diese Grundschule. Die Schüler bringen Farbstifte in die Schule mit. Die Schüler bringen Farbstifte in die Schule mit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020